Änderungen in der gesetzlichen Rente im Jahr 2024. Ein kurzer Ausblick. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2023 steht sozusagen auf der Zielgeraden. Das hier ist sozusagen der 31.12.2023. 24 Uhr klappen wir ja sozusagen rüber in das Jahr 2024. Und deshalb ist es für mich jetzt schon mal ganz interessant, Ihnen einen ganz kurzen Ausblick zu geben, was sich im Jahr 2024 eigentlich in Sachen Rente so ändern wird. Es gibt mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viel, viel mehr Änderungsvarianten, als ich jetzt hier mal aufgezählt habe. Aber ich möchte Ihnen einfach mal so die sechs wichtigsten Dinge, die ich aus meiner Sicht sehe, mal ganz kurz anteasern. Ich werde natürlich dann zu gegebener Zeit da nochmal ein umfangreicheres Video drehen. Schauen wir uns die ganze Geschichte einfach mal an. Also wir haben die Rentenerhöhung zum 1.7.2024. Die steht ja an. Wir erwarten im März 2024 da die ersten Informationen, die ersten richtigen, sattelfesten Informationen durch Hubertus Heil. Der ist ja Bundesminister für Arbeit und Soziales und zuständig für die gesetzliche Rente. Es steht im Raum, ob es dreieinhalb Prozent, vier, fünf, sechs, sieben oder mehr Prozent Rentenerhöhung geben kann. Es ist alles sehr, sehr spekulativ. Deshalb müssen wir da diesen Termin abwarten. Dann gibt es zum 1.7.2024 erfreulicherweise für rund drei Millionen EM Bestandsrentner, deren Renten nach dem 31.12.2000 und bis zum 1.1.2019 oder vor dem 1.1.2019 begonnen haben, eine Extra-Rentenerhöhung an. Das heißt, die Leute oder die Versicherten können bis zu 7,5 Prozent abschlagsfreien Zuschlag auf ihre Rente bekommen, wenn die EM-Rente, unter anderem die EM-Rente, noch am 30.06.2024 besteht. Das Durchschnittsentgelt im Jahr 2024 und 2022 ändert sich. Damit ändern sich auch die Berechnungen für Rentenpunkte, für Entgeltpunkte. Die Minijob-Grenze steigt von 520 Euro auf 538 Euro. Das ist zwar nur eine kleine Steigerung, aber monatlich 18 Euro steuerfreies Geld dazu. Neben der Rente ist auch so schlecht nicht. Dann steigen auch die Hinzuverdienstgrenzen bei Renten wegen Erwerbsminderung. Dazu hatte ich schon einen Beitrag auf Rentenbescheid24.de geschrieben. Ich werde das dann auch nochmal in der Zukunft nochmal klarer machen. Warum ist das so? Denn die sogenannte Bezugsgröße ändert sich im Jahr 2024. Die Bezugsgröße steigt. Damit steigen auch die Hinzuverdienstgrenzen bei EM-Renten. Sie merken sich bitte, seit dem 01.01.2023 haben wir eine dynamisierte Hinzuverdienstgrenze bei Rente wegen teilweise Erwerbsminderung oder Rente wegen voller Erwerbsminderung. Und last but not least, die Zusatzbeiträge bei den Krankenkassen steigen. Aber nicht jede Krankenkasse macht da mit. Am 17.11.2023 kam eine Information von der Technikerkrankenkasse. Die erhöht den Zusatzbeitrag zum 01.01.2024 oder zum späteren Zeitpunkt eben nicht. Das heißt also, die rund 9 Millionen Versicherten bei der Technikerkrankenkasse können sich freuen und müssen nicht tiefer in die Tasche greifen. Die Erhöhung des Zusatzbeitrages führt letzten Endes dazu, dass die Nettorenten in der gesetzlichen Rente, wer in der KVDR krankenversichert ist, sinken werden. Weil wir natürlich mit höherem Beitragssatz dann einen höheren Abzug auch von der Brutto-Rente haben. Leider ist das so. Wir werden dann über den Beginn der höheren Zusatzbeiträge, also über das Datum, dann auch nochmal extra berichten. So, meine Damen und Herren, das soll es wieder gewesen sein. Kurzer Ausblick auf die Änderungen 2024. Ich hoffe, Sie konnten sich ein kurzes Bild machen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.